Schwer sind die Zeiten, ungewaltig die Aufgaben, die sie stellen. Für keinen schwerer, für keinen verantwortungsreicher als für euch, die ihr die Vorhut der Zukunft seid. Die Augen des Vaters der Christenheit ruhen auf euch. Seine Gebete begleiten euch. Sein Segen ist euch nahe, für und für, in eurem treuen und widelnden Wirken, zu Gottes Ehre, zur Mührung des Reiches Christi, zur wahren und dauernden Wohlfahrt eures Volkes und des Vaterlandes. Et benedizio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendet super vos, et maniat semper. Amen.